heute geht es mal wieder um das gute alte thema usb und zwar ein bisschen was anderes ja usb kabel brauche ich eigentlich immer wir kennen es ja so ziemlich jeder aduino usb und co nutzt wahrscheinlich micro usb oder usb c zum programmieren micro usb habe ich auch hier kistenweise liegen usb hatte ich bisher relativ wenig halt mal ein ladekabel vom handy oder so aber das war es dann auch ist ein bisschen dünn weil immer mehr geräte haben usb c also bin ich mal online gegangen und habe beim händler des geringsten misstrauens mir mal so ein bisschen was bestellt hier ja um die kabel soll es gar nicht gehen die habe ich noch nicht weit genug durchgetestet um zu sagen wie kaputt sie sind sind halt die günstigsten gewesen die ich gefunden habe die halbwegs in ordnung aussahen der händler hatte aber ein sonderangebot und zwar naja kabel preis x kabel plus netzteil selber preis ok das machen wir doch mal mit zumindest mal für ein paar kabel habe ich mir dann auch noch das netzteil dazu geholt weil hey vielleicht haben wir ja glück und wenn nicht haben wir immerhin ein video so das hier das ist das netzteil was kam ihr seht die originalverpackung ist noch außen rum das ganze noch in folie eingeschweißt und ja um mal so eine grobe hausnummer zu nennen das ding wenn man das netzteil einzeln kauft bei demselben händler vom selben typ dann kommen wir etwa bei 1 euro 50 bis 2 euro raus für ein komplettes netzteil ist ein sportlicher preis ja es ist technisch machbar für den preis sowas zu produzieren auch mit ok qualität aber dann hat man wahrscheinlich selbst bei den chinesischen subventionen am ende kein gewinn also riecht irgendwie fechig ja gucken wir mal auf die spezifikationen die hier drauf stehen dazu machen wir denke ich erstmal hier die wunderschöne schutzfolie ab denn sonst spiegelt das hier wie sonst was versuchen wir das dann mal hier so also das ding heißt einfach nur travel adapter oder das ganze noch mal auf russisch allgemein sehr viel russisch drauf die modellnummer ist die uaz012 wenn ich das richtig interpretiere der druck ist allgemein sehr verschwommen der eingang 100 bis 240 volt 50 bis 60 hertz bei 0,35 ampere ausgang 5 volt 2 ampere wir haben sogar eine serie nummer drauf jetzt müsste ich gleich mal gucken ich hatte mir mehrere geholt ob es überall die gleiche ist ich habe die dumme befürchtung herstelldatum 2017 ok ich habe so meine zweifel so lange liegen die dinge eigentlich nicht drum und darunter jede menge symbole über die validität der symbole unterhalten uns mal ein anderes mal so ansonsten erster blick ist jetzt mal nicht so schlecht waren wir unten die euro stecker dinger die sind auf jeden fall fest sind isoliert so wie es eigentlich auch sein soll auch von der dicke jetzt auf den ersten blick zumindest scheint das zu passen usb buchse ist einfach an der seite es ist eine usb buchse was soll man da groß zu sagen ich würde sagen wir stecken das ding einfach mal ein und messen eine runde da ich aber jetzt dem ding immer noch nicht so 100 prozent trauer machen wir das ganze an den sonderstromkreis also machen wir das hier so dann ist die wahrscheinlichkeit dass ich da eine gewicht bekomme etwas geringer was wollen wir wollen wir das hier mal einfach mal etwas dran klemmen so ein messgerät um am ende last zu sehen und spannung dann gehen wir mal auf die suche was das ding hier sagt also strom an geht's an läuft an und also im leerlauf sieht das jetzt noch nicht so berauschend aus ich weiß nicht ob es auf der kamera rüber kommt aber das sind 4,82 volt das ist jetzt er schon am unteren ende von der spannung die da rauskommen sollte kein guter start aber okay geben wir mal last drauf und gucken was passiert ich habe jetzt hier meine last 0 ampere die spannung sinkt noch weiter auf 4,8 volt okay das ist gar nicht gut aber hey noch gebe ich es nicht auf vielleicht ist es irgendwas denn bei schaltung weil wir haben ja keine last außer der kleinen led hier auf dem board und dann würde ich sagen wir drehen einfach mal hoch und gucken was passiert wir sind jetzt bei 4,8 volt bei 0 milliampere okay jetzt muss mal gucken welche richtung ich drehen muss die andere offenbar und uff je weiter ich drehe desto weiter sinkt die spannung 4,7 volt und wir haben noch nicht mal 10 milliampere erreicht 50 milliampere bei 4,65 ui na ja immerhin bei 4,6 volt hält er in etwa halbes milliampere na gut er geht immerhin nicht direkt aus also wir sind jetzt bei einem ampere da haben wir noch 4,65 volt 4,64 das ist eigentlich deutlich unter dem was zulässig ist also es wird wahrscheinlich in der praxis noch funktionieren aber es ist außerhalb der spezifikation soweit ich mich entsinne jetzt die bis 4,8 volt drehen wir mal weiter was passiert 1,3 ampere 1,4 ampere 1,5 ampere schafft er auch noch immer noch bei 4,6 volt sagen wir mal 4,5 mal am schluss okay never mind mein potis am anschlag oder nein da ist es weg also knapp unter 2 ampere da ist dann ende und da kommt nichts mehr sagen wir mal so 1,8 ampere in den drehschein da zu schaffen ich versuche es noch mal genauer ja etwa 1,8 ampere da ist dann ende tja an der stelle bereits durchgefallen würde ich sagen zumindest mal was die spannung angeht ist das ding also deutlich unter dem was es können soll beim strom 1,8 statt 2 ampere würde ich sogar eher noch durchgehen lassen einfach weil hier durch die ganze messelektronik kann es auch durchaus sein dass wir da ein bisschen drop drauf haben also einfach dadurch dass das display und so auch strom verbraucht und das wird nicht gemessen so viel wird es nicht sein aber es geht zumindest in die richtige richtung naja ja wenn wir gerade schon beim ausgang waren gucken wir noch hier drauf wie sieht es denn beim ausgang aus mit der stabilität wie stabil kann er die spannung halten das was ihr gerade seht das ist nicht das netzteil das so günstig war das hier ist mein handy netzteil wenn wir gucken wir haben relativ gleichmäßig ein paar spitzen nach oben nach unten aber alles halbwegs überschaubar also insgesamt nicht schön aber funktioniert noch wenn wir jetzt einfach mal direkt eins zu eins mit denselben werten das andere netzteil dranhängen dann sieht das ganze hier so aus ja ich glaube da brauchen wir nicht allzu sehr drüber zu reden das ist deutlich schlechter die spannung wird also deutlich schlechter gehalten wenn wir rein zoomen dann sehen wir hier auch wir mir wirklich solche riesen spitzen drin mit einer frequenz von was ist das 33 kilohertz das kommt auch halbwegs mit so den typischen schaltfrequenzen hin und da ja man kann es jetzt nicht richtig sehen aber er sagt jetzt hier ein vpp von 1,7 volt also stabil ist der ausgang also auch nicht wirklich am ende naja die meisten geräte werden das wahrscheinlich noch verschmerzen können weil die meisten halt nicht mit fünf volt laufen sondern dahinter ist erstmal ein spannungsregler der dann keine ahnung 3,3 volt oder sowas draus macht oder 3,7 bis 4,2 für den akku gut ist das hier aber auf jeden fall nicht also das ist definitiv zu viel und dass ich könnte mir vorstellen gerade wenn wir hier so scharfe spitzen haben das dürfte auch ziemlich viel funkstörungen machen also irgendwas wireless ist in der nähe zu benutzen ist wahrscheinlich keine gute idee und eventuell klingelt dann auch mal der böse amateurfunker von nebenan der dann irgendwie sich bei euch beschweren möchte und ich habe gerade mal noch ein paar andere rausgeholt noch zwei andere weiße und ein schwarzer und wenn wir mal da drauf gucken ja ich glaube die seriennummer ist tatsächlich überall dieselbe und auch der schwarze selbe seriennummer selbe typennummer ich habe so meine zweifel dass man das ding vollständig haben hier noch mal einen von dran und ich merke gerade in der plastik folie die die original verpackung darstellt ist sogar das ding hier ausgeschnitten so dass man es direkt so benutzen kann mit plastik außenrum das ist suboptimal weil so kann die hitze nicht weg jetzt fürs testen ist das ja okay aber sollte man besser abmachen bevor man da irgendetwas macht und dann stecken wir die mal nacheinander ein gucken was passiert und der hier definitiv ist nope 4,67 volt bei einem ampere ist definitiv zu wenig und das schwarze noch da schon dieselben haben und ich gehe davon aus dass wir auch hier bei 4,6 irgendwas volt rauskommen und der ist ein bisschen höher 4,72 aus sind alle zu niedrig das ist also definitiv ein baulicher fehler die dinger hier sind also definitiv ja betrug könnte man so sagen einfach weil sie die spezifikation für usb nicht einhalten die fünf ampere 5 volt die er empfiehlt kommen da nicht raus und das ist jetzt bei einem ampere die zwei ampere reicht da gar nicht also man könnte jetzt sagen okay das ist halt betrug und sollte nicht passieren aber ehrlich gesagt ich hab sie irgendwie erwartet die dinger sind halt nicht umsonst mit dem ruf belegt dass die ja nicht so gut funktionieren gucken wir mal ob es freiwillig auseinander geht ich sehe hier außenrum auf jeden fall diese linie das heißt das ist der deckel ist später drauf gemacht worden hier unten das gehäuse geht in der mitte auf hauen wir mal ein bisschen okay naja es fällt zumindest nicht direkt auseinander also könnte man eventuell als pluspunkt sehen da muss man tatsächlich mit der zange anrücken im übrigen selbstverständlich der übliche disclaimer das was ich hier mache solltet ihr nicht nachmachen hier können immer noch geladene teile drin sein auch wenn es hier ausgesteckt ist das heißt also im zweifelsfall herrscht da lebensgefahr weil ihr euch da stromschläge abholen könnt die nicht so berauschend sind ich habe grob einen überblick was ich hier zu erwarten habe von daher ist das für mich akzeptabel das risiko aber wie gesagt solltet ihr eventuell nicht nachmachen ah verstehe okay da haben wir also unser board würde ich sagen viel ist ja nicht drauf ich würde sagen wir machen mal ein paar fotos und gucken uns das genauer an okay werfen wir mal einen blick hier auf das board wir haben hier unten die beiden kontaktstellen für l und für n natürlich bei den europäischen steckdosen relativ irrelevant weil man die stecker in beide richtungen einstecken kann unten im gehäuse ist dann entsprechend einfach nur ein pin drin das ist wahrscheinlich dafür dass man diesen euro stecker auch wechseln kann gegen den amerikanischen britischen oder sonst was ansonsten was wir auf der oberseite noch sehen können ist das ding hier ja ich würde eigentlich sagen das ist so ein sicherungswiderstand aber braun schwarz gold gold schwarz ist jetzt keine kombination die mir sinnvoll was sagt aber ich gehe weiterhin davon aus dass das so in die richtung geht ansonsten ja wir haben hier unsere usb buchse ist so eine relativ kurze wir haben den übertrager also sozusagen den trafo hier in der mitte und ein paar elkos wir haben hier einmal den großen hier das ist san wika was auch immer das sein soll 6,8 mikrofarad 400 volt 105 grad also von den werten jetzt erstmal nicht so schlecht aber die marke sagt wenn ich so wirklich was in derselben farbe hier hinten auf der sekundärseite noch ein ist aber von einer anderen firma hünzi bz ja lassen wir das der ist 680 mikrofarad bei 10 volt steht noch was von low esr drauf ob man das glaubt oder nicht steht natürlich auf anderem papier und der kleine hier da steht nicht so viel dabei 4,7 mikrofarad bei 50 volt wahrscheinlich nochmal um irgendwas zwischendrin zu stützen ansonsten sehen wir hier noch die zwei blauen und das ist ein bisschen problematisch der hier oben ist relativ unkritisch der ist auch irgendwo in der regeltechnik drin also passt schon der hier der ist aber sehr sehr uncool das ist nämlich ein kilowolt kondensator und der hängt zwischen der primärseite und der sekundärseite und an der stelle da müsste eigentlich ein anderer kondensator sein nämlich ein y oder heutzutage zwei y diese kondensatoren mit dem y sind nämlich extra so gebaut dass wenn etwas schief geht die aufgehen also die keinen kurzschluss machen sondern wirklich einfach sich trennen und das ist relativ wichtig werden wir da gleich weiter gucken wenn wir jetzt nämlich mal auf die unterseite gehen da haben wir schon ein bisschen mehr die beschriftung hier weg und hier können wir schon ein paar sachen sehen wir haben hier unsere spannungsversorgung die reinkommt die geht über diesen widerstand strich spule von da aus auf den gleichrichter hier und das zweite direkt auf den gleichrichter gleichrichter so ein standard ding 10 mb 10f findet man relativ häufig ist relativ verbreitetes teil und was wir jetzt haben ist einmal hier plus der geht hier hoch geht hier rüber geht einmal hier hin das ist unser erster von den beiden elkos ebenfalls geht es hier oben auf diese dinger das wäre der übertrager und dieser eine kondensator den wir gesehen haben der kondensator hat auch noch einen entlade widerstand wie es hier aussieht 204 also 20 plus 40 hinten dran 200 kilo ohm wenn ich jetzt richtig im kopf rechne das dann noch über eine diode irgendwie gleichgerichtet entkoppelt und hier auf diese stelle an der stelle sind mehrere sachen einmal haben wir hier noch einen pin vom übertrager den sieht man jetzt nicht so gut und die zwei pins hier von dem ic den wir uns gleich weiter angucken gehen wir gerade noch ein bisschen weiter machen hier noch einen vom übertrager der auch direkt auf den ic geht und noch mal übertrager mit diode und widerstand wieder um ein bisschen zu filtern der ist jetzt auch hier noch mal irgendwie über einem pull up 515 also relativ großer widerstand gegen unsere plus schiene die wir haben noch mal und in dieser ganzen schiene haben auch hier noch mal diesen zweiten kondensator der hier dann sitzt ansonsten paar widerstände vor allen dingen hier der hier ist natürlich interessant 1r1 also 1,1 ohm das wird wahrscheinlich so eine art current sense sein um da zu merken wenn wir irgendwie zu viel strom ziehen dass der sich abschalten kann das ist im prinzip die steuerung das hirn von dem ganzen das ist der hier der fm 3783 ga und wenn wir mal gucken das gibt es auch als datenblatt leider nur in chinesisch aber hey wir können ja grob übersetzen gemacht von der shenzhen fine med electronics group company limited okay med electronics ja gut allzu viel gibt es dazu nichts zu sagen 5 volt 2,1 ampere ausgangsspannung hier bei der ga variante wir haben es gibt einen internen bjt also ein internes schaltelement interner transistor wundert mich jetzt ein bisschen ich hätte jetzt eigentlich muskets erwartet aber hey das ganze in einem sub 7 gehäuse also wenn wir hier gucken quasi wie ein sub 8 aber ein pin fehlt hier von den pins her wir haben ground wir haben zwei common eine mittag für unseren bjt vcc cs und feedback und das können wir uns im prinzip auch mal nebeneinander hier legen oder versuchen wir das doch einfach mal zack zack und er steht jetzt auf dem kopf aber wenn wir hier gucken hier sind die beiden commons die sind hier irgendwie über die diode und den widerstand oder so beziehungsweise den kondensator zum koppeln ok passt wir haben den emitter das ist der hier der dann über den widerstand läuft ja genau der geht über den 1 ohm widerstand 1,1 auf den minus pol von unserem brückengleich richter passt ja zum emitter vcc der wird hier irgendwie wahrscheinlich ja der geht hier unten drunter wahrscheinlich durch und ist dann hier auch direkt verbunden interessanterweise mit dem minus pol ok das macht aber dann sinn wenn wir uns angucken dass der ground den wir hier haben der ist auf einer spule hier von der windung von diesem übertrager das heißt man wird da im prinzip eine zusätzliche windung haben die die stromversorgung für den chip hier herstellt ansonsten haben wir hier noch ein cs also ein sense der scheint hier mit bei dem 1 ohm widerstand mit dran zu sein das heißt der misst hier und last but not least enable der hier wie es aussieht direkt irgendwie über widerstände passend gehalten wird sodass der da das ding anschaltet ok so weit so gut und wenn wir uns das hier mal angucken wir haben den brückengleich richter wir haben den elko der darüber ist wir haben dann hier einmal über zwei widerstände irgendwie das müsste hier wahrscheinlich die ecke sein na diode das ist hier dieser bereich hier unten haben wir den emitter und den current sense die entsprechend da sind also im prinzip haben wir so wie es aussieht jetzt auf den ersten blick quasi genau die schaltung die hier vorgegeben ist mit einer ausnahme der hier seht ihr da was c y kondensator y das ist nämlich der kondensator der hier hin gehört und da sitzt bei uns kein c y sondern halt dieser 1 kv der da nicht gut ist wir können weitergehen hier auf der sekundärseite sind nämlich auch noch ein paar dinge eingezeichnet und wenn wir hier mal gucken auf der sekundärseite das sieht irgendwie identisch aus wir haben hier den vcc der geht auf eine basis ok ich weiß nicht wieso der vcc steht aber es ist ein mosfet wie wir unschwer erkennen können die drains sind zusammen die sources sind zusammen und auch hier haben wir die drei pins hier zusammen die vier pins hier zusammen und ja wir haben eine seite die geht direkt auf eine windung das wäre die hier der part hier und dann haben wir die andere seite die ist quasi ground wir sehen jetzt hier den widerstand im sinne von unserer last und ja wenn wir hier mal durchgehen das geht hier unten lang und geht auf den minus pol von unserer usb buchse wenn wir hier gucken das kommt also hin und der plus der kommt dann entsprechend direkt von der spule hier das wäre hier ist der zweite vom übertrager da kommt unser plus hier hin das ist der pin hier zusätzlich geht es aber auch noch auf einen kondensator und auf die basis von dem mosfet wenn wir gucken ja hier geht es auf die basis und hier oben die beiden das sind unsere beiden dinge wo wir unseren kondensator hin machen können wir haben ja eben schon gesehen es ist jetzt nur einer bestückt aber er ist genau da wo er auch laut plan sein sollte zwei sachen sind hier noch unterschiedlich zum einen hat man den hier hingesetzt das ist ein widerstand 102 also 1 0 0 0 1 kilo ohm der sitzt hier einfach zwischen plus und minus wahrscheinlich einfach um eine grundlast zu machen und was man hier auch noch gemacht hat ist dass hier die beiden daten pins die sind einfach kurz geschlossen damit signalisiert man dem endgerät hallo ich bin ein ladegerät das ist offizieller usb standard für dcp bei usb 2 war es glaube ich funktioniert natürlich nicht so wirklich mit schnell laden oder irgendwie spannung erhöhen das geht heutzutage anders aber die meisten geräte sollten durchaus in der lage sein damit ein bis zwei ampere dann auf 5 volt zu laden also ja im prinzip können wir jetzt sagen okay das hier was wir hier als schaltung haben ist im prinzip genau das was wir auch erwartet haben wenn wir hier ins datenblatt gucken mit halt dieser großen ausnahme dass dieser eine hier dieser kondensator der gehört da nicht hin da hätte auf jeden fall ein besseres modell hingehört vorzugsweise natürlich zwei y hintereinander am besten mit zulassungszeichen das hier ist ein relativ großes risiko und gerade noch mal für den fall dass nicht 100 prozent klar geworden ist wieso dieser kondensator hier ein problem ist verfolgen wir das doch mal wo ist denn das angeschlossen naja wir haben hier unseren kondensator der ist angeschlossen an der stelle an der stelle und an der stelle und das ist zum einen der minuspol von unserer usb-buchse plus das gehäuse also das metallgehäuse außen und das geht dann entsprechend auch zu eurem endgerät was ihr ladet und wenn ihr zum beispiel ein metallgehäuse an eurem handy oder so habt und das anschließt ist das im prinzip euer metallgehäuse vom handy ok wir haben also jetzt hier etwas was wir anfassen und wo geht das hin naja gehen wir doch mal hier durch das geht über den kondensator hier und von dem kondensator gehen wir hier durch zack 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 und wo kommen wir denn hier raus überraschung auf dem minuspol von unserem brückengleichrichter der minuspol ist aber jetzt ja nicht minus in dem sinne sondern das ist nur die referenz für unsere schaltung hier in wahrheit wird er ja jeweils durch verbunden zu den beiden polen hier je nachdem wo wir gerade sind das heißt teilweise sind wir hier einfach über eine diode und eine kleine sicherung mit der phase verbunden an hier dieser einen stelle und wenn ihr jetzt euch vorstellt dass der kondensator hier eventuell mal kaputt geht und dann hier einen kurzschluss macht naja ihr habt plötzlich ein handy in der hand dessen metallgehäuse mit der steckdose verbunden ist das ist denke ich erklärung genug warum an der stelle es halt sehr kritisch ist dass da der richtige kondensator ist dass der entsprechende sicherheiten drin hat und vorzugsweise natürlich auch irgendwie nachgewiesen ist dass der qualitativ diese sicherheiten auch erfüllen kann ach und kleiner nachtrag auch beim thema isolierabstand schwierig also hier im bereich von dem kondensator da ist auch der geringste abstand wenn wir hier gucken da sind wir so bei drei bis dreieinhalb millimeter das ist also unterstes ende würde ich sagen für 230 volt größer wäre da auf jeden fall besser und es wäre wahrscheinlich auch problemlos möglich gewesen wenn man größeren kondensator geholt hätte ok dann gehen wir mal über zu ein bisschen größeren tests mit hier so einem gerätetester den wir jetzt hier sehen kurz zur erklärung der gibt strom in stärken und an stellen wo es nicht hingehört und guckt was dann passiert wichtig dabei das was ihr jetzt hier seht sind situationen die sollten im normalbetrieb nicht auftreten denn die sind durchaus lebensgefährlich ich weiß den disclaimer hört ihr jedes mal aber trotzdem passt bitte auf hier solche gerätetester insbesondere die geben mehrere tausend volt im zweifelsfall raus das ist ein vielfaches von dem was in der steckdose ist und selbst bei der steckdose ja ich höre immer wieder ja aber normalerweise passiert ja nix ja das mag sein aber es reicht halt wenn es einmal schief geht und dann habt ihr den salat im zweifelsfall mit was erd und holz dazwischen weil es halt das gesteck auf eurem grab ist also bitte nicht nachmachen aber gut nehmen wir uns mal den hier und stecken den mal wieder ein das gehäuse ist zwar ein bisschen lädiert aber sollte eigentlich nichts passieren wichtig hier ist aktuell kein strom drauf auf dieser steckdosenleiste also das ist alles okay so erstmal und was wir machen ist den hier einstecken zack und was ich hier noch gebaut habe ist das ding hier ich hoffe man kann es sehen da ist einfach eine LED da sieht man ob da gerade strom ist oder nicht so ich versuche das mal hier so ein bisschen einzuklemmen dass man hoffentlich alles jetzt im bild hat okay wir haben die LED hier unten und dann gucken wir doch einfach mal ob es explodiert oder nicht also gucken wir mal nach insulation class 1 test limit sind 500 kilo ohm wenn ich das richtig sehe und jetzt gibt er hier 500 volt auf das gerät auf die beiden pins und guckt dass hier hinten nichts rauskommt und sieht gut aus über 20 mega ohm also zumindest bei 500 volt hält das alles noch durch ist auch eigentlich von aus zu gehen gewesen denn wir hatten ja gesehen da ist ein kondensator drin der für ein kv ausgelegt ist aber das ist eben nur ein kv also gucken wir mal was er ein bisschen mehr macht das was ich jetzt drauf mache sind bis zu drei milliampere bei ich müsste jetzt nachgucken 1500 oder 3000 volt also deutlich über dem was er soll und fail also ja bei höheren spannungen ist definitiv etwas nicht in ordnung da springt irgendwas über und das wäre dann spätestens der moment wo ihr dann ein problem habt wenn ihr bei so einem event die hände irgendwo dran habt zugegeben das ist eine eher unrealistische situation dass so hohe spannungen im stromnetz auftreten jedenfalls in aktuellen installation wo es ableiter gibt in altbauten kann es natürlich immer so dazu kommen und ja kurzzeitig kann es auch in neueren wahrscheinlich dazu kommen je nachdem wie schnell es ableitet aber ideal ist das auf jeden fall nicht dass wir sowas hier sehen wir können uns jetzt auch mal den spaß machen ich baue das mal so dass wir hier die platine gleich nackt hier liegen haben ohne gehäuse da können wir mal gucken ob mal sehen wo das ganze knallt und ja klingt nach dem plan so ich habe das ganze jetzt hier nochmal aufgebaut mit ein bisschen anderer beleuchtung und einer passenden kamera sorry für den rand unten ist schon mal für slow motion vorbereitet wir sehen links das bord rechts die led und ich würde sagen wir lassen den jetzt einfach noch mal laufen run und an und wir sehen die led geht noch an also das funktioniert noch einmal frei ok jetzt machen wir nochmal den flash test sobald er sich entladen hat nöcker also flash test ok wir sind wieder auf fail gelaufen aber können oder ich konnte zumindest jetzt nicht sehen drehen wir das ding einfach mal rum gucken uns die andere seite an ob auf der vorderseite irgendwas haben und flash und auch auf der seite zumindest optisch ist nicht zu sehen wo das ganze überspringt das heißt es kann jetzt eigentlich nur sein dass entweder der kondensator innen drin durch spricht und dann wirklich den strom da durch lässt oder dass es im übertrager ist in beiden fällen ist es nicht gut weil wie gesagt über drei milliampere das wollt ihr nicht an der hand haben insbesondere nicht bei diesen spannungen aber übertrager ist auch ein gutes stichwort das ist nämlich auch noch so ein teil was gerne mal ein problem ist wenn die zu günstig sind keine isolation zwischen primär und sekundär ist dann kann auch an der stelle natürlich der strom vom stromnetz weiter durchgehen bis zum gerät hinten dran das wollen wir natürlich nicht also bin ich hier mal hingegangen und habe den übertrager hier ausgelötet sodass wir da dran kommen wir haben eine spule auf der sekundärseite zwei auf der primärseite und das ganze das ist hier so ein käfig aus ferit mit hier unten den stiften wo die einzelnen windungen dann dran gelötet sind die eigentliche spule ist in der mitte also bin ich erstmal hingegangen habe außenrum dieses klebewand abgemacht leider war da drunter aber nichts was für uns relevant war ich hatte gehofft dass es wirklich zwei teile sind und man es auseinander nehmen kann aber hier nicht der fall das heißt ich musste es dann wirklich auseinander brechen ist zwar jetzt schade drum auf der einen seite aber auf der anderen seite realistisch gesehen werde ich hier das netzteil wahrscheinlich ohnehin nicht mehr einsetzen einfach wegen dieser problematik mit der fehlenden isolation und mich interessiert natürlich ob es im übertrager halt besser aussieht also wir sehen hier außen ist schon mal eine schicht drüber mit solchen klebeband hier an der einen stelle da ist es ein bisschen weggeschmort aber ich schätze das ist jetzt vom auslöten von mir dass das original ein bisschen besser aussah also nehmen uns mal die folie und wir sehen wenn wir ein bisschen abwickeln dann haben wir hier diese miniatur windung die auf die primärseite geht das müsste diese zusatzstromversorgung oder was das ist für entsprechend die versorgung vom chip oder feedback oder sowas sein und wir sehen hier ist auch noch mal ein bisschen was an klebeband drüber gewesen das ist aber nur in der mitte also nicht wirklich so relevant für die isolation die windungen selber sind üblicherweise auch noch mal mit lackdraht das heißt sie sind intern auch isoliert aber dieser lack auf dem draht kann sich natürlich durchscheuern oder durch hitze zum beispiel beschädigt werden deswegen ist es schon besser da ordentlich isolierband zwischen den schichten zu haben bis jetzt haben wir nur das nach außen abgemacht da ist es nicht ganz so relevant also nehmen wir das hier mal weg aber wir sehen hier auf der einen seite schon naja hier haben wir die dicke windung das ist eine von unserer sekundärseite und da ist nicht viel an klebeband dazwischen da ist zwar was aber das scheint auch schon irgendwie so halb geschmolzen zu sein oder irgendwas in die richtung das sieht auf jeden fall nicht gut aus vor allen dingen weil diese sekundärspule die wir jetzt hier noch sehen die hätten wir ja gesehen die ist teilweise auch mit dem gleichrichter verbunden das heißt die ist auf netzpotenzial und das ist natürlich nicht gut wenn da irgendwas richtung sekundär durchgeht und ja hier hätte definitiv mehr von klebeband dazwischen gekonnt also auch der übertrager sieht jetzt zumindest für mich nicht so berauschend aus machen wir mal die wicklung hier weg diese hilfswicklung und sehen dann hier auch nochmal genau da scheint die spule direkt durch also viel an klebeband ist da nicht dazwischen machen wir es mal weg wieder den anfang und wenn wir jetzt mal darauf aufpassen wir haben eine runde und eine zweite runde tatsächlich noch aber nur teilweise denn hier ist das so rumgeklappt das heißt wir hatten da tatsächlich stellen unter anderem die die ich eben ja schon bemängelt hatte wo nur eine einzige lage klebeband drüber ist und das ist ne sorry leute das ist definitiv zu wenig hätte man das ein bisschen weiter gezogen sähe es wahrscheinlich ein bisschen besser aus aber schwierig nur gut die sekundärwindung dickerer draht das sind halt höhere ströme wir kriegen ja bis zu angeblich zwei ampere daraus entsprechend dicker muss dann auch das kabel sein weniger windungen die übliche trafo theorie wenn wir das hier mal entfernen sehen wir ja darunter schon grünes klebeband man hat also ein anderes benutzt nicht dass es was ausmachen würde weil wie gesagt die hilfswicklung oben drüber war ja auch auf netzpotenzial aber grünes klebeband hin oder her auch hier gucken halt an den kanten auf jeden fall die spulen von darunter durch das heißt also auch hier im zweifelsfall eher zu dünn zumindest davon ausgehend dass das ein klebeband mit farbe sein soll wenn wir das hier weg ziehen eine runde und eine zweite runde also zwei lagen von diesem grünen klebeband wir sehen aber auch die farbe geht hier teilweise ab also eventuell ist es auch klar mit farbe es ist wahrscheinlich noch gerade so ausreichend aber auch nicht schön ja hier unten haben wir dann diese ganz feine wicklung sehr viele das ist die primärseite das heißt eine hohe spannung 230 volt geringer strom und deswegen hier dünnerer draht viele wicklungen auch das lasse ich mir natürlich nicht nehmen das hier einmal zu entfernen also wickeln wir das ganze hier mal ab wir sehen jede menge windungen wer will kann gerne mitzählen und darunter viel haben wir nicht mehr das ist dann nur noch das gehäuse wo das ganze drauf gewickelt war also ich denke viel weiter können wir das ding jetzt auch nicht mehr zerlegen wir sind denke ich am ende angekommen und ja auch hier wie gesagt mit dem wunderschönen ergebnis nicht wirklich ausreichend da könnte definitiv mehr isolation sein insbesondere weil es halt im zweifelsfall sicherheitsrelevant ist und das einzige ist was zwischen euch und dem stromnetz steht und wie schon gesagt in die steckdose packen ist pfui tja am ende ich muss sagen es ist in etwa das was ich befürchtet oder erwartet habe das ding kann exakt an einer stelle überzeugen und das ist halt der preis bei allen anderen aber nicht wirklich wir haben keine stabile spannung am ausgang wir haben nicht die spezifikationen die wir haben wollten am ausgang wir haben hier bauteile verbaut die sicherheitstechnisch nicht so berauschend sind ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen okay durch das einstecken ist man direkt tot aber man muss sich halt im klaren sein dieses ding hier hat absolut nichts an reserven das heißt wenn irgendetwas schief geht wenn die last hinten dran irgendein problem hat wenn das stromnetz ein problem hat da ist nichts zwischen euch und diesem problem und an der stelle wird es gefährlich und genau aus dem grund sind diese dinger hier in deutschland eigentlich auch nicht zulässig am ende ja die dinger funktionieren da kommt hinten eine spannung raus und damit kann man durchaus ein gerät betreiben aber wie schon gesagt nicht gut nicht zulässig und mit diesen sachen hier auch nicht wirklich sicher wenn ihr also die wahl habt legt besser ein paar euro mehr drauf und holt ein besseres netzteil was vielleicht ein paar sicherheitsfunktionen mehr hat insbesondere halt den kondensator einen besseren übertrager und die sind von der funktion her zwar erstmal halbwegs gleich und es wird mit so ziemlich allen geräten gleich funktionieren aber ihr habt halt diese reserven für den fall dass mal irgendwas schief läuft so oder so prinzipiell funktioniert es zwar aber wie gesagt durch die hohen risiken würde ich jetzt nicht sagen dass es wirklich das tut was es sollte es wird sehr gut so oder so